ja meine lieben freunde mit der neuen folge von 7 days to die den holen uns natürlich wie toll aussieht hat er mir einen gegeben wichtig ist dass wir punkte kriegen habe ich mich ein paar steinchen einsteigen ok hier liegt eine tasche wunderbar ja ja hier laufen aber viele rum ja gut tag das hat sie mal eben zur platze lassen wo habe ich denn noch stuff abgelegt gehabt ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern das bekleidungsgeschäft war das hier richtig so das haben wir uns da so weit clean gemacht und jetzt müssen wir mal gucken dass wir uns ein bisschen hier die bude sichern hier ist noch ein bisschen müll und noch ein auto oh ja ja gib mir den Bohrer sofort aber steht mal hier was wir hier haben schöne Schacht jawohl es hat sich doch gelohnt ums Haus zu gehen nicht wahr so wie viel Holz haben wir denn dabei ja ok wir werden uns aufs Dach verpieseln ich brauche noch ein bisschen Stein da ein riesen Felsen ja so ein paar Steine rauskloppen Türe hinein ein bisschen stabilisieren was können wir da sonst noch machen für unseren Schutz was können wir uns was können wir uns und они was tun dass es ein wichtiger das ist also wird ganz etwas ist das ist ein bisschen hier das loch zu machen es war dicht ja genau hier habe ich die kisten hier kommen die ähnlich hoch ja da war schon dran so gucken wir uns mal an wie die nacht so abgeht das haben die auch neu gemacht okay man kann nicht auf der scheibe stehen bleiben weil die zerbrechen ist auch richtig realistisch gut da hier noch mal nach unten und wir barrikadieren da die türen vor allen dingen hier das muss ab das geht nicht mehr da müssen wir es auf der altmodischen hand machen da sind es dann da sind es dann so denn es auch noch wir haben noch mehr große schaufenster aber das war es dann auch schon die kann man nicht zu machen macht gar nichts sehr schön und und Das war's für heute. Ja, so, das ist schon mal sicher. Ja, und oben auf dem Dach werden wir dann erstmal ausharren bis zum nächsten Tag. Hören wir mal hier zu. Was war das? Ist da wieder ein Geier? Ja, nix da. Nix da. Hier wollen wir mal schön den Eingang zumachen. So. Moment mal, da kommt doch keiner hoch, ne? Und, ähm, dann müssen wir dann halt schon von unten da aufräumen. So, gucken wir uns erstmal um. Ja, das ist ja lecker. Und hier, das habe ich hier schönes. Ein Fahrrad gestellt, ein Lenkrad, jawoll. Wir können bald mobil werden. Hahaha. Oh, 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 oh. Seht es euch an. Wir werden reich beschenkt. Oh, ja. Oh, ja. So. Und jetzt machen wir uns wieder von Dannel. Ach course. Ne Schlange. Ne Schlange. Ne Schlange. What? Dieses Mischstück. Keiner weiß, dass wir hier sind. Hoffe ich doch. Hier ist alles zu. So, wird da mal verstärkt. Hach, mein Gott. Jawohl. Wir hatten ja weg. Ja. Fertig, der Rack. Das sollte reichen. Ja, so, hier sind wir nun. Und ich sag euch mal, bis zur nächsten Folge. Ja, so, hier sind wir. Nein, so, hier sind wir. Der Oma-Fansi! Oma-Fansi! Der Oma-Fansi! Der Oma-Fansi! Der Oma-Fansi! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.